schön dass du wieder dabei bist bei myketocoach.de in den kommenden wochen wirst du zahlreiche videos finden hier auf diesem kanal zum thema ketose im allgemeinen ketogene ernährung und den exogenen ketonen aber auch wie du den zustand der ketose für dich nützt um mehr energie zu haben um besser konzentriert zu sein um im sport deine ziele zu erreichen oder auch um körperfett zu verlieren was ein ziel für viele menschen natürlich ist zahlreiche interviews werden folgen mit experten die in dem bereich arbeiten sei es aus der biologie aus der biochemie aus der ernährungsberatung aber auch psychologie und ich sag mal auch ein paar leistungssportler ich freue mich tierisch drauf vergiss nicht zu abonnieren und die glocke zu drücken dass du immer benachrichtigt wirst damit du einfach nichts verpasst wenn dir die videos gefallen freue ich mich über ein like oder ein kommentar mit kommentaren kannst du mir auch sagen worüber du mehr erfahren möchtest oder welche fragen noch unbeantwortet sind ich freue mich von dir zu hören dein keto coach